Ich schaue kurz, ob irgendein Controller hier irgendwas einschalten, aber der Controller sollte... Ich hab hier... Nein. Hm? Äh, Moment. Ich schalte mal kurz den Controller ein. Mit den Contro... Den Controller... Der, der, der geht gar nicht mal an. Naja, gut. Äh, aber jetzt zeigt man trotzdem irgendwie... So, da unten. Rechts unten in der Ecke zeigt er mir... Controller-Tasten. Aber welche? Ich hab nur zwei Controller. Und beide sind aus. Das ist natürlich blöd, weil so kann ich nicht spielen. Ich schalte mal einen anderen an, der mir noch anfallen würde. Und der funktioniert auch nicht. Dass er vielleicht die Steuerung übernehmen kann. Dann stecke ich mal kurz... Verbindungsteil raus. Hoch. Nee. Keine Ahnung, was das ist. Achtung, 007. Du musst folgende vier Objekte finden. Zucker... Das ist natürlich blöd. Ich muss kurz schauen, ob ich... Irgendwie Einstellungen... Steuerung... Hm, hm. Ob man vielleicht so kann. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Jetzt geht's. Aha. Keine Ahnung, was schuld war, aber... Jetzt geht's. Komisch. Zucker, eine Dose Limo, Klebeband, Natrium, Chlorid... Ha... Ha... Ein Pulverherstellung von Chloridixbums. Hopi, was ist das... Okay, gut. Also wir brauchen... Was nochmal? Die merken wir nicht. Ähm... Zucker, Limo, Klebeband, irgendein Pulver. Warren ist so ein klassischer Nerd. Lass uns sehen, ob ich kann finden, was wir brauchen. Okay. Probier mal. So, öffnen wir mal. So, öffnen wir mal. Und schauen, ob wir das finden, was wir brauchen. Gross. I hate that Formalin-Smell. Errwe? Oh, okay. Hmm... Whitty, Blablablabla, Wissenschaft... Buch... So, Sodiumchloride is a weed killer? You'd think Warren would've told me that factoid. Das ist ein Chloritat, das ist eine anorganische Verbindung, die üblicherweise als Unkrautvernichter eingesetzt wird. Hm. Unkrautvernichter. Nein, 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 schauen wir mal, ob wir hier einen Unkrautvernichter finden. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas finden, oder? Aquarium, das würde uns nichts bringen. Du, 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 Akemi. Das, das schaut gut aus. Wenn man aber hier irgendwie was drinnen, dann haben wir so, boah, hallo? So, nein. Nu ist die Steuerung komisch, sehr komisch ist die Steuerung. Unkrautvernichter, da oben. Hier ist die Sodiumchloride-Box. Ja, ihr kannst doch nehmen. Du bist ein Kunststier, verdammt, nicht ein Wissenschaftler. Aber das ist so nicht Sodiumchloride- Eww, gross. At least switch to E6. E6. Ja, mach mal, komm mal, mach mal, mach mal ein Foto. Könnt du gar nicht ein Foto machen. Na weiss, vielleicht bringt uns das mal was. Vielleicht, der schaut vielleicht gut aus, oder, ja, keine Ahnung. So, nimm einen Hocker, oder, weiss ich nicht, du bist, bist ja relativ klein, deshalb krönt. Also, nein, wird nicht klappen, schätze ich. Du wirst nicht klappen, schätze ich. Du bist klubiger, Max. Gib nicht die Chance. Mh, du bist niemals für deine currents Hocker. наανne. Sperre die Schuld! Zeit, zu gehen. Nee, wirklich. Ob hier irgendwo ein Zucker rumliegt, naja, das ist halt schon... Die Frage, wo haben wir hier sowas? Zucker, Zucker, hab Zucker gefunden. Zucker, warum haben wir hier einen Zucker? Egal, nehmen wir mal. Oh, Zucker. So, jetzt brauchen wir noch ein Klebeband. Du bist halbwegs nach Hause, Max. Nur ein B-? Warren hat meine Hoffnung verletzt. Natürlich bin ich gar nicht überrascht, Science. Noch da, hast du dich in die Luft geschwindet, Max. Noch hier, nicht in die Luft. Noch nicht in die Luft geschwindet, noch nicht. Ich muss mich konstruieren. Dann melde mich später. Ja, du hast doch übrigens eine B-. Jetzt suchen wir noch Klebeband. Na ja. Das ist natürlich jetzt noch ein bisschen schwierig. Aber... Schauen wir mal. Klebeband, Klebeband, Aquarium, Aquarium, Klebeband. Und für was könnte man Klebeband benutzen? Obwohl... Logische Schlussfolgerungen, weiß ich nicht. Weil... Owen ist gleich... Chinas of Mars. Ja. Klebeband, wo findet man Klebeband? Nicht schon mal das Aquarium. Aber... Natürlich. Guten Abend, Fisch-Fisch. Danke, Fisch. Gute Arbeit. Und die Spuren natürlich noch... Oh... Habe ich ein Klebeband gesehen? Ne, ne, ne. Wo ist denn Klebeband? Kann man... Wo braucht man das überhaupt? Hm... Ist das überhaupt hier drin? Ich meine nur. Kann ja auch woanders sein. Muss nicht hier sein. Aber ich schätze mal, wenn dann ist alles hier drin. Ja. Gute Idee. Sag mal wo sie ist. Klebeband. We need Klebeband. Was? Wo? Not ändern? Oh. Du verdienst viel mehr als das, um Nathan zu nehmen. Aber... ... jede kleine Klinik betrifft. Ja. Ich mag dieses Plus besser als dieses Minus. Danke für mich da zu sein, Warren. Ja. Kann man machen. Ja. So. Wo ist das Klebeband? Auf wie, die können wir uns auch noch anschauen, und dann haben wir wirklich alles gesehen. Ich habe nie gesagt, dass sie groß waren, Troll. Warte, was? Wo steht da? Merk's? Ich dachte, wir haben ein paar Tape in Jefferson's Klasse letzte Woche. Ach so. Klebeband, wo bist du? Braucht das? Wo, wo, wo haben wir geklebeband? Hm. 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 Ist das wirklich hier? Also, ich, 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 ich... Wo würde mein Klebeband verstecken? Also hätte man, hätte ich jetzt Klebeband. Hm. Ich brauche, ich brauche eine, eine Limonose brauche ich glaube ich auch noch, oder? Aber wie nennt man die alle hier? Hm. Hm. Ich... Ich glaube... Heißt ja nicht alles, dass wir das hier drinnen finden? Weil, Kleber... Was wollen die Chemiker mit Klebeband? Klebeband passt eher zu... Weiß ich nicht. Was ist denn das? 103? Da kommen wir nicht drin. Geht, Schliessfach, Mülleimer... Einmal... 104? Ne... Ah, jetzt ist noch immer der Chemiesaal. Meine Klasse? Kann sein, wir sind Künstler. Man sollte hier nicht Klebeband legen. Das ist wie eine Szene in einem Horrorfilm. Ach. Geht schon. Oh, da. Ja, da hast du recht. Wettbewerbfotos. Oh. Oh. Oh, Kate. Selbst wenn du schuldig warst, hast du versucht, die Gute in der Welt zu sehen. Daniel ist ein besserer Illustrator, als ein Fotografer. Victoria. Das ist ziemlich süß. Ich weiß nicht. Wie kann ich jemanden, der so so schützt? Ja. Naja. Naja. Er ist ja nicht. Ich fühle mich gross, sogar nach Nathan´s Arbeit zu sehen. Aber er hat ein bisschen Stil. Mhm. Zigarettenpackung. Warte. Ich könnte es mir mal anschauen. Victoria´s Zigaretten? Ich bin sicher, dass Herr Jefferson beeinflusst. Ich dachte, wir haben ein paar Tape in Jefferson´s Klasse letzte Woche benutzt. Die Tape ist mir. Nur noch ein Limo. Ich schau mal. Wir haben hier da vorne einen Verkaufsautomaten. Schau wir mal. Wo wir da einen kriegen. Benutzen. Schau wir mal. So einfach geht´s. Es ist alles meine. Oh meine Zutaten. Jetzt ist es Zeit für Chloe, dass Max die Bombe ist. Ich weiß ja nicht, ob die so gut ist eine Bombe hier zu zünden, aber hey. Geh es einfach auf die Tür, Chloe. Lass uns das erst mal versuchen. Ja. 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 Es ist Zeit für die Tür. Wenn du die Kanzel leistest. Das ist so cool. Ja. Ja. Aber. Ähm. Ihr wisst, dass... ... das... ... kaputt geht. Das... ... war so fucking cool. Oh, wir sind zuerst. Hier kommt das ganze Arcadia Bay Feuer- und Polis-Departement. Äh, also was sollen wir tun? Zurückspulen, oder? Oder nicht? Ähm. Stimmt, ich kann. Oh. Nein. Äh. Wenn ich wieder das abbrechen, kann man das irgendwie absprechen? Zwar schon mache ich das. Aber. Geh es einfach auf die Tür. Macht bumm. Ich geh rein. Pull zurück. Tür geht er zu. Ah, ich bin dann nur noch drin. Und... Tadaa. ... 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